Hallo Masters-Fans und Masters-Gemeinde, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei den Origins Giganten. Ja, ich habe zwei weitere Figuren bekommen aus der Wave 13, ja nachdem ich letztes Mal hier den Snake Trooper ausgepackt habe, bei denen ich richtig gut gelungen finde, ja, richtig cool, ja, gibt es nun die zwei nächsten Figuren und zwar handelt es sich hierbei um King Render als 2000Xer-Version und ich muss euch lassen, diese Version finde ich so richtig cool, besser als den Original King Render aus der Origins-Reihe, dazu aber beim nächsten Unboxing mehr und hier die Snake Teela, ja, Teela in Schlangenform, natürlich ist sie ein wildes Ding, ja, und macht He-Man das Leben schwer. So, und diese möchte ich heute mit euch zusammen auspacken und wie die Snake Teela mit der Verpackung aussieht, schauen wir uns als erstes einmal an. Ja, hier steht die Schlangen-Version von Teela aus der Snake-Man-Reihe noch in ihrer Verpackung. Ja, bei dieser Figur ist diese Schlangen-Verpackung vollkommen gerechtfertigt. Snake Teela, uuuh. Und hier unten das Snake-Man-Logo. Wie man hier am gelben Stern erkennen kann, ist diese Figur auf einer europäischen Karte. Nein, hier handelt es sich nicht um Ski-Hulk, nein, 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 hier handelt es sich um die Anführerin der königlichen Leibgarde. Ja, hier bekommt Snake-Armor-He-Man Probleme mit Snake Teela, ja, mit ihr ist gerade nicht gut Kirschenessen. Und hier unten rechts sieht man King His, der sich gerade gehäutet hat und sehr wahrscheinlich Snake Teela gegenüber Snake-Armor-He-Man aufgehetzt hat. Ja, hier sehen wir unter anderem hat Snake Teela ein Schwert mit dabei und unten auf dem Bild sieht man die Posen, ja, mit denen man Snake Teela hier bedienen kann. Rise of the Snake-Man. Ja, hier sieht man die Figuren der Wave 3 auf einem Blick. Aber bevor ich die Verpackung jetzt aufmache, muss ich erstmal einen Schluck Kaffee nehmen und muss sagen, Snake Teela gefällt mir richtig gut. Ja, sie hat ein bisschen einen Touch von Ski-Hulk, aber natürlich diese Schlangenbemalung am Körper, das hatte Ski-Hulk null. Sie sieht schon richtig geil aus. Ich mag diese Farbe schon so richtig geil, ja, weil ich mag ja schon Kermit und Hulk. Dann passt natürlich Snake Teela natürlich auf alle Fälle in mein Beuteschema. Ich halere normalerweise mit den weiblichen Charaktere von den Masters, weil sie halt nicht so cool sind, gut, außer Evelyn und Shadow Weaver. Aber von Shadow Weaver gibt es zur Zeit noch keine Origins-Version, noch nicht, aber wir hoffen mal, sie wird irgendwann mal kommen. Aber diese Snake Teela, die flecht auf alle Fälle. Auch das Artwork auf der Rückseite ist richtig cool. Man sieht ja schon die Aggression in Teelas Augen, ja, sie greift Snake-Armor He-Man an und im Hintergrund, ja, King His, der sich gerade gehäutet hat und Teela, ja, wohl sichtlich aufgehetzt hat, ja, den Held von Eternia in die Mangel zu nehmen. Wow, wow, wow. Ich habe die Figuren mir kommen lassen, die Figur Slamurai, ja, die steckt noch in Frankfurt beim Zollfest, aber sie wird hoffentlich auch bald hier demnächst eintreffen. Und dazu habe ich beide Figuren, ja, King Randoor und auch hier Snake Teela habe ich noch bei Mattel Creations rechtzeitig bestellt. Sie sollten seit dem 7. April verschickt werden, aber wir wissen ja, zur Zeit hat Mattel irgendwie Lieferschwierigkeiten bei all seinen Bestellungen und so ist diese noch immer nicht losgeschickt. Ärgert mich ein bisschen, aber so ist es nun halt. Und auf Slamurai, ja, da freue ich mich auch noch mega. So, wir wollen jetzt genug gelabert, wir wollen jetzt erstmal die Snake Teela auspacken. Dafür sind wir hier zusammengekommen in unserer kleinen bescheidenen Sendung. Ja, mal auf damit. Es tut immer am Anfang ein wenig weh, ja, wenn ich die Figuren noch nicht doppelt habe, dann tut es noch erst recht weh. Aber, wie gesagt, sie sind ja im Anmarsch. Ja, cool ist ja auch hier ein richtig cooles Comic. Das habe ich hier auf meiner Facebook-Seite bei Giganten, das Fan-Magazin, habe ich dieses euch online gestellt. Da könnt ihr mal reingucken. Und da gibt es wenigstens, im Gegensatz hier zu diesem europäischen Comic, gibt es da die Sprechblasen, damit ihr nachlesen könnt, was im einzelnen Bild gesprochen wird. So, und jetzt auch die Dame mal raus. Ja, Teela. Ja, diesmal ist die Verpackung nicht so ganz heil geblieben wie beim Snake Trooper, aber ansatzweise könnte man theoretisch die Teela nachher wieder reinpacken, aber ansatzweise. Wollen wir aber nicht, ist nicht cool. So, mal raus mit ihr. Sie hat aber auch da wieder mal leider ihre Gummibänder. Mal macht es Mattel, mal nicht, aber zum größten Teil macht es natürlich Mattel, um diese besser im Blister zu fixieren. So, wie findet ihr eigentlich die Snakeman-Reihe? Ich finde die richtig cool. Also da kommt eine Knallerfigur nach der anderen heraus, obwohl, wie gesagt, mein Herz, das habe ich schon öfter gesagt, liegt halt bei der Wilden Horde. Ja, die Wilde Horde sind wirklich die coolsten Säue auf Eferia, beziehungsweise dann natürlich auch Masters-Universum. So. Und diese Teela sieht natürlich wesentlich cooler aus als all die Teelas, die bisher erschienen sind. Liegt ja auch daran, weil sie natürlich eine coole, giftgrüne Farbe hat und natürlich auch ihr Zubehör, was richtig knorke ist, ist in einem wirklich schönen Grün gehalten. Für alle Grün-Fans wie ich, da sehen wir auf alle Fälle nicht rot, sondern ein schönes Grün. Ja, richtig geil. Auch ein anderes Schwert, als was Teela normalerweise hat. Sehr, sehr, sehr gut. Das gucken wir uns gleich auch noch ganz schön detailreich an. Und natürlich ihr bekannter Schlangenstab, den hatte sie natürlich auch als Origins-Version und auch als Vintage-Version, aber diesmal natürlich gebührend einer Schlange in Grün. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal Teela, Snake-Teela, schauen wir uns mal genau an. Ich habe sie jetzt in Händen und auch hier, ich habe lange keinen Geruchstest mehr gemacht, ne. Ja klar, riechen sie nicht mehr wie früher aus den 80ern, was eigentlich schade ist, aber auch dafür gesünder. Sie riecht halt minimal nach Plastik, aber ein anderes Plastik wie damals, ne. Aber es durfte natürlich nicht so sein wie damals, sonst wäre es natürlich giftig gewesen. Ja, hier sieht man wirklich eine sehr schöne Bemalung in Schlangenform. Ja, also hier, man sieht auch, dass sie eine Schlangenhaut hat. Auch ihre roten, wirklich dunkelroten Augen und ihren roten Lippenstift, das macht sie richtig bedrohlich. Ja, geil. Auch der, man kennt ja hier ihren, ich würde nicht sagen, Rüstung, aber ihren Anzug, ja. Der ist relativ gleich geblieben, natürlich ein bisschen anders bemalt, aber so vom Konstrukt ist das der gleiche. Sie hat keinen Schlangenpanzer mit dabei, wie man es so kennt bei der Vintage-Version, aber auch bei der Origins-Version. Das fehlt hier zu Recht, braucht es auch nicht, weil sie ist ja die Snake-Teela und nicht die Teela normal. Jetzt müssen wir natürlich, wie immer, müssen wir mal gucken, wie steht die Teela, steht die Teela gut? Hat sie den Stand, weil normalerweise, ihr kennt es ja, hier geht es ja schon mal sofort gut los, sie hält hier, weil normalerweise halten die Frauencharaktere bei den Vintage-Version und auch bei den Origins schlechter. Aber hier sofort auf alle Fälle hat sie einen guten Stand. Auch der Zopf hinten sehr, sehr, sehr schön. Sie hat hier hinten auch für ein Schwert, das ist ja cool, sie hat hier hinten eine Schwerthalterung. Und das macht es ja noch nobeler. Sie hat auch sehr viele Gelenkpunkte, man kann sie natürlich auch den Kopf bewegen, man kann die Beine bewegen. Sie hat nicht diese Fliesenleger-Knie, wie die Teela aus der ersten Wave, aus der ersten Generation der Figuren. Sie hat ganz normale, das sieht natürlich besser aus, diese Knie, ja. Sieht cool aus, auch hier unten. Ach, wie cool ist das, kann ich gar nicht oft genug sagen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal Snake-Teela mal von Nahen an. Ja, hier steht nun die Schlangen-Version von der Befehlshaberin der königlichen Leibwache. Snake-Teela. Schaut euch mal das Gesicht an, samt Augen und hier den Mund. Wie geil ist das. Richtig, richtig böse. Man sieht hier, Teela ist wirklich mutiert zu einer Schlangenfrau. Also die roten Augen, ja, samt Lippen, finde ich hier richtig gelungen. Das macht sie richtig düster, richtig gefährlich. Auch die Schlangenhaut ist richtig gut bemalt. Also, ach, das ist ja wirklich ein Hingucker. Hier auf der Seite des Oberschenkels sehen wir hier das Muster, was eine Schlangenhaut suggerieren soll. Ja, hier ihr Dress, ne, das kennt man ja, das Dress, ne, nur halt ein wenig anders bemalt, aber richtig cool. Ja, ihre Beine natürlich auch ebenfalls gelb-grün mit schwarzen, ja, schwarzen Schlangenmustern. Und hier ihre Stiefel, ja, in Braun und was auch immer das ist, ja, diese, ja, man sieht das, es gehen Schlangen drumherum, ja. Ja, ach, herrlich. Ja, hier Tilas Schlangenstab, wie ich eben schon sagte, ist er natürlich in grün. Und, ja, das macht ihn auch ein bisschen nobler als die Originalversion in rot. Ja, als zweites Zubehör hat Tila dieses grüne Schwert mit dabei. Ja, dieses Schwert ist auch sehr, 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 sehr schön gestaltet. Dieses ist auch durchgängig in der gleichen Farbe. Okay, man hätte vielleicht auch ein bisschen ein paar Sachen absetzen können farblich, aber so ist es nun halt. Sieht aber trotzdem sehr, sehr gut aus. Und was sehr schön ist bei der Snake Tila, hier hinten hat sie auf dem Rücken, was ich eben schon sagte, ja, eine Schwerthalterung. Da kann man locker ihr Schwert während des Kampfes reinstecken. Und natürlich lässt sich auch ihr Schlangenstab hinten in dieser Schwerthalterung befestigen. So, wie findet ihr nun Snake Tila? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinposten, wie ihr diese Version der Schlangen-Tila findet. Ja, eine richtig tolle Figur. Ich bin wirklich davon überzeugt. Und man muss auch lassen, diese Figur hebt sich auf alle Fälle von der Wave 13 ab. Und von allen Tealers, die bisher erschienen sind, finde ich. Also ich mag sie sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, man muss aber auch fairerweise sagen, die Wave 13, da ist jede Figur speziell. Da ist jetzt keine Figur dazugekommen, die man unbedingt haben muss. Ja, aber wenn man die Figuren hat, das gilt ja auch bei dem Snake Trooper, jetzt hier bei King Render aus der 2000Xer-Version und den Slamurai. Das sind denn Figuren, das sind so Figuren, wenn man sie hat, dann hat man sie. Und man ist auch richtig froh darüber, weil auch wie hier, Snake Tila, sich richtig gut später, ich werde sie nachher schön platzieren in der Fright Zone, ja, wo die anderen, bei mir sind zumindest in der Fright Zone, sind nicht nur die wilde Horde zu Gast, nein, da sind auch verschiedene Snakemans, werde ich sie einfach nachher sehr schön da rein positionieren. Und werde mich jedes Mal erfreuen, wenn ich morgens meinen Kaffee hole und daran vorbeilaufe. Ja, wie ich schon sagte, ihr könnt gerne mal unten reinposten, wie ihr diese Version der Prinzessin findet. Ja, toll, finde ich sehr, sehr gut. Auch die Bemalung haben wir auch an den Seiten hier. Guckt mal hier, diese Schlangenmuster. Ja, ich mag das. Also, wer Ski-Hulk mag, ich würde sagen, das ist der Ski-Hulk unter den Masters-Figuren, ja, der wird hier auf alle Fälle richtig zufrieden sein, richtig mega cool. Ja, wie gesagt, postet unten rein, freue ich mich. Und dann werden wir auch ziemlich zeitnah das nächste Unboxing machen. Und dann, wie gesagt, steht denn hier King Rendor auf dem Programm, den werde ich auch noch auspacken. Ich hoffe mal, ich schaffe das heute noch. Ihr werdet auf alle Fälle auf meinem Kanal rechtzeitig informiert werden, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Und dazu müsst ihr natürlich meinen Kanal abonnieren. Dann werdet ihr dann erfahren, wenn es bim geht, ja, dann wisst ihr, oh, dann hat der Markt wieder ein neues Video online. Ach, ja, was ich noch sagen wollte, auch hier natürlich, diese Blister haben auch nochmal, die jetzt überhaupt so üblich, haben sie hier diese Schlangenhaut-ähnliche 3D-Bedruckung, ja. Ja, ach, das sieht man auch so, ne. Ja, hier. Das nochmal nebenbei fürs Protokoll. So, jetzt beschließe ich das Video und werde die nächste Figur auspacken, wie gesagt, King Rendor, als 2000Xer-Version. Und bis dahin, bleibt auf alle Fälle gesund, bleibt sammelwütig. Und schaut wieder mal rein bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Tschüss. Und jetzt trinke ich jetzt meinen Kaffee zu Ende. Ja, mit der Ruhe, in der Ruhe liegt der Kaffee.